Moin moin Leute und herzlich willkommen zu der letzten Folge von Unravel. Wir werden uns heute mit der anderen Hälfte des Herzens beschäftigen, wie das klingt. Also was ich meinte ist auf jeden Fall, wir werden heute das letzte Level beginnen, dann gucken ob wir heute schon durchkommen. Oh Gott. Und ja, ansonsten ist das unsere letzte Folge Unravel für heute. Und für eine Weile, weil Unravel 2 ist nicht in meinem Besitz und da muss ich mal gucken. Ich glaube, das muss man auch zu zweit spielen und nicht so schön. So, damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem letzten Blatt. Oh je. Marmer Fiani. Ganz auf sich allein gestellt hier in diesem Eis. Oh, ich geht's, ich geht's, ich geht's, ich geht's. Oh nein. Ja, nie. Dann komm. Ich würde sagen, die nehmen wir einfach mal. Oh Gott. Oh Gott. Wir bleiben einfach mal bei denen, jetzt ziehen wir die mal mit. Aber für mich sieht das so aus, aber müsste man die mitnehmen. Okay, was ist falsch? Friedhof. Wer da wohl begraben wurde? Oh. Hey, ich war doch hinter der Düne, was darf das? Gut. Okay. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Ich habe nämlich was vergessen. So. Okay. Dann komm. Da ist der Speicherpunkt. Oh Gott. Hilfe. So. Jetzt komm. Nein. Okay. Oh Gott. Wenn das über heute wieder erfahren, da bin ich echt gespannt. Also es ist halt echt schauderhaft hier aus. Nein, nicht weg. Okay, so. Okay, dann komm, dann gehen wir weiter. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Oh Gott. Okay, machen wir es, machen wir es. Okay, das ist fest. Dann versuchen wir es nochmal. Nein. Oh Gott. Okay, komm. Jetzt kommen wir auch sehr gut. Was ist denn da hoch? Ja. My phone. Wie kommen wir denn jetzt? Ah, okay. Zurück, zurück. Bevor jetzt der Windstoß kommt, rutschen wir lieber meine Hände. Ah, stellt euch vor, wenn wir wieder hochrutschen, das wäre auch so eine Sache. Oh Gott. Sehr gut. Bis wir hier über diesen Friedhof schleichen. Oh nein, das ist Eis. Okay, das ist wirklich Eis. Wir müssen uns beeilen, beeilen, beeilen. Nein. Okay, wie machen wir das dann? Dann machen wir das so. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann das ja nicht festlassen. Okay, komm, 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 komm. Wir müssen uns nochmal. Oh Gott. Jani, sieht aus so aus, als würde ich gleich erfrieren. Ja, okay, so funktioniert das. Ja, okay, so funktioniert das. Okay, komm. Oh Gott. Ja, jetzt haben wir es. Okay. Okay. Oh Gott, wir sind oben. Oh, wir sind oben. Nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Oh Gott, bloß nicht aufs Eis zurück. Was ist das? Ach nein. Da ist die Trauergesellschaft. Ja, der Tod ist schon was Schwieres. Das ist schon richtig was Schwieres. Oh. Oh. Also wir haben ja in Hamburg, das kann ich mal erzählen. Wir haben jetzt in Hamburg den größten Friedhof Europas. Also, wenn jemand bei euch in Hamburg wohnt, ihr dürft euch stolz als Mensch in der Stadt mit dem größten Friedhof Europas bezeichnen. Denn es ist echt der größte. Ähm. Und es ist auch einer der ältesten. Also wir sind auch einer der ältesten Friedhöfe. Ich weiß, es ist nicht so schön. Aber, ich dachte, ich sollte das vielleicht mal erwähnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, aber der Wind hat ja schon mal abgeschwächt. Also wir kriegen nicht mehr so einen riesen Eiswind ins Gesicht. Jani, du schaffst das. Komm, kleiner Jani. Aber du kannst nicht mal laufen. Das Problem ist ja auch, hier ist nirgendwo was zum Festhalten weit und breit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach, der süßer Kleiner. Oh Mensch. Tu es mir richtig leid. Oh Gott, da stolpert er wieder, der Kleine. Oh nein! Guck mal, da ist das Herz! Nein, bleib hier! Jani! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jani! Oh nein! Komm! Er ist wieder da! Hallo! Oh nein! Manchmal sind wir einfach zu schwachen Dinge allein zu erledigen. Manchmal braucht man Hilfe. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das finde ich cool. Oh Gott. Nach all dem Stress, den wir durchgemacht haben. Okay, hier scheint irgendwas zu sein. Ach guck mal da unten, noch eins. Okay. Ach, kriege ich dieses Blümchen da? Ich will dieses Strickblümchen haben. Dann komm, wir probieren es noch einmal. Ich bin ja eigentlich nicht so penibel beim Einsammeln. Aber jetzt schon, naja. Dann gehen wir weiter. Wenn ich will, der hat schon. Zuhause. Endlich wieder zuhause. Komm. Äh. Oder? Ja. Endlich. Zuhause. Okay, wir müssen noch da hoch. Das ist süß. Oh nein. Das ist süß. Wir sind zuhause. Dörren. Dörren. Oh nein. Hallo. Dörren ist längre bort. Dörren ist längre bort, so sieht eine Annoleitung. Einmalmögen! Liebe überwiegt alles. Liebe verbindet wie einen Kahnfaden. Das ist das Ende. Das war doch ein interessantes Garen-Abenteuer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und genießt einfach noch ein bisschen die Atmosphäre und die Bilder, die ihr zu sehen bekommt. Damit verabschiede ich mich schon mal und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Schön Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020